Eine sanierte 2-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Kerpen. Die Immobilie wurde 1979 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Parkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 76 qm beläuft sich die Gesamtmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung auf 760 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss. Vielen Dank.